Ich bin gleich soweit, ich komme gleich. Ja, hört sich da Schwierigkeitsgrad, wenn es zwei sind. Nee, ich werde quasi runtergestuft auf das Level. So, ich muss noch zwei Wassertanks zerstören. Da ist noch einer und dann komme ich erst mal zurück. Ist das ein Guler mit zwei Schwertern oder mit einem? Ähm, na das kommt drauf an, du musst ja dann mal durchlesen. Oder das kannst du glaube ich schon auf K, da kannst du dir das glaube ich durchlesen. Und dann kommt das K, da kannst du zwei, drei. Und dann ist das K. Und dann kommt das K. Und dann kommt das K. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin jetzt auf dem Weg zurück zu dir. Ich muss dann erst mal gucken, wie ich nach Korriban wiederkomme. Ich bin jetzt auf dem Weg zurück. Ich bin jetzt auf dem Weg zurück. So, jetzt geht's los. Zurück zur Raumflotte und von dort aus nach Korriban. Ich bin jetzt auf dem Weg zurück. Jetzt komme ich erst mal am Haupteingang. Na, wo bist du jetzt? Na, Anbau Akademie. Na, du kannst auch Richtung die Höhle laufen, wo du dann rein musst, weil ich komme ja von dem flotten Punkt aus. Da laufe ich in Richtung die Höhle. Jetzt lässt es noch zur Spacko Richtung, Höhle. Sehe ich nämlich, da hat nämlich die selbe Alte hinter sich. Die Fette. Aber das ist falsch. Nee, die ist nicht fett. Die hat aber zwei Zöpfe. Aber sie heißt Fette. Achso, ja. Und das sind keine Zöpfe, das ist ein Twi-Leg. Das sind Tentakel. Du Bannauser. Ach, du weißt wieder sowas, he? Ja, sowas weiß ich. Ja. So, da ist die Raumfähre nach Huda. Da wollen wir auch nicht hin. Wir wollen nach Korriban, genau. Korriban. Genau, und hier kannst du auch gleich, da ist dieses Terminal, wenn das ein Quest für dich hat, kannst du das auch gleich mitnehmen. Das ist das zweite Helden-Quest. Das ist ein Annehmen, ja. Genau. So, ich habe dich auch in die Gruppe eingeladen. Müsste ich dich nicht in die Gruppe einladen, oder ist das egal? Das ist, glaube ich, egal. So, dann machen wir erst hier die erste Helden-Quest. Das ist im Übrigen mein Lichtschwert. Gelb. Schwarz-Gelb. Ja, ja. Müssen jetzt quasi hier hinten wieder raus. Mein Gott, ist da langsam. Deiner. Hm. Hm. Ich habe auch nichts zum Sprinten. Das ist da. Okay. Die Spärkung und Skischuhform. Hm. Da wird noch Schaden und verursachter Schaden wird. Dann machen wir die Zitel immer. Oh, jetzt hat der gerade den Elite gelegt. Die Ratte. So, wir müssen hier wo rein? Hier oben, gell? Wir müssen... Ist das Ordnung? Ach, hier ist PVP-Gefächte. Ach, hier, das ist Zutalk-Worts-Grab. Da müssen wir aber hier Richtung... Na, du hast ja zwei. Müsstest du ja jetzt haben, gell? Zwei-Helden-Missionen. Jaja, das ist das Erste. Achso, ich sehe es ja auch auf der Map. Sehr gut. Gruppenphase. Jeder... Ne. Jetzt kann ich mit rein. Okay. Klass dich rein. Genau. Besitzer-Kuhe. Jetzt sind wir zusammen drin. Ach, hier, da habe ich... Da habe ich eben schon verkackt. Das ist die, Alter. Mit den roten... Ja, ja, wie gesagt, ich habe jetzt auf jeden Fall... Der heilt mich auf jeden Fall. Mein Typ hier. Die alte heilt mich. Heilt eine, ja? Ja. Ach, ne, perfekt. Der erste kommt von rechts. Die andere von links. Sind das One-Shots für dich? Ne, nicht ganz. Die andere von links. Mittelschwer. So, das war's. Jetzt musst du hier drin noch die Tafel aufnehmen, hier. Und dann bist du hier drin erst mal fertig. Ah, ne. Stufe 10. So, und dann müssen wir hier wieder raus. Und jetzt müssen wir da... Ach, du hast doch immer noch kein richtiges Lichtschwert. Ja, das will ich ja... Das will ich ja miterhalten. Ach so, okay. So, hier hast du noch Gefängnisausbruch? Hier oben? Ja. Ja, ich seh deine Quests, alle. Das ist ganz cool. So, gefängnig, da hab ich doch noch. Ja, in der Urne. Das ist hier. So, jetzt müssen wir da runter. Genau. Warte. Da ist er gleich. Helden. Mhm. Das ist gut, dass ich das die alte mit hier nochmal hab, ja. Ja, hier sind wir schön. So, jetzt müssen wir hier rein. So, hier musst du jetzt aufpassen. Äh, die Droiden, die da stehen, sind, ähm, nicht aggro. So, wenn wir die angreifen, greifen sie uns allerdings an. Oh. Ja, mal sehen. Können sie ja trotzdem töten. Gib die P. So. Ähm. So. How such? So. So. Vielen Dank.